Herzlich Willkommen zu Uploader zu ner Duo-Folge Wingman mit Dadosch. Hi, na Schatz? Deswegen macht auch seine Folge auf, gibt kein Intro, let's go! Wir spielen Overpass als C-Team. Geil! Ich weiß gar nicht wo die spawnen. Also die müssten schon mal ein Spot sein, oder? Kann ich smoke? Bringt das überhaupt was? Ich glaub schon, ich glaub schon, ja. Ach ja, wir verteidigen, das ist gut. Monster-Nade? Ja, einer raus, links. Oh Gott! Der andere ist links, ja. Zum Rauch. Ich bin Lloyd, spiel 600. Er drückt mir. Er hat noch 60, 70. Schade. Er wusste nicht mehr wo du bist. Rechts. Er wusste immer noch nicht wo du bist. Wie kann das sein? Der Bone-Master. Wenn du so cross to name geschossen hast, dass er damit nicht gerechnet hat. Ich hab ihn nicht erwischt. Aber ich glaub, die können wir besiegen. Ich bin ein guter Dinge. Äh, vielleicht auch nicht. Äh, klar. Und zwar gut. Schmacktenz. Noch eine Echo. Okay, er ist Monster, kommt er relativ spät raus. Ich weiß nicht, ob er schlechte Spawns hatte. Auf jeden Fall war er relativ längst. Der kommt bei dir jetzt? Ja. Er ist links vorbei. Der kommt weg. Jetzt ist auch irgendwo im Rauch einer. Das war nur der eine, der da gegangen laufen ist. Das sind beide bei dir. Ich hab den nicht gesehen. Okay, aber jetzt haben wir Waffen. Und wir können halt locker mollin, dann können sie auf jeden Fall nicht pushen. Schaffen wir sogar beide. Die pushen ja sowieso nicht. Ja, gut. Der ist jetzt durchgekommen, als mein Dingens weg war. Ich bin full. Da rechts auch. Fuck. Der macht doch... Ja, der hat noch 70. 80er fehl. Der hat seine Füße da durchs Nieten singen. Bist du Kohle nehmen? Ah shit, du hast keine Gun. Braucht nur ne UP. Damit läuft das sowieso besser bei mir. Gucken wir jetzt zwei Kills. Ah, vielleicht auch nicht. Der hat noch 50 HP. Okay. Das gibt's gar nicht. Der Typ ist schnell. Die Nate war nice. Die ist richtig gut abgebaut. Ich hab das ja gesehen durch die Smoke. Ich hab das ja gesehen. Lucky me. Hey, psst. Hast du nix? Na klar, hast du nix. Das erste Mal seitdem wir Wingman aufgeben, hast ich mir gehobe ne Woche. Geben mir die AK. Scheiße, dass ich die doofe M4 aufgehoben hab wieder. Alles gut. Durch, kurz, komm. Boah. Geben mir deine AK. Willst du die AK wieder haben? Ne, alles gut. Du hast die Waffen mit denen du besser bist. Was? 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 Guck lang. Du solltest lang kommen. Der ist aber rechts! Ich ihn ja auch. Er hat 60. Der ist ein Nagel. Ich loll, weil er meiner Nate ausweichen wollte oder was? Ich glaube ja. Meine AK. Wer die geile AK anschadet, am meisten durchbliegt. Wir haben nur noch die eine Runde Zeit. Muss ich dich töten? Einer lang. Einer durch. Ne, doch nicht. Schön. Ich brenne! Ich brenne! Ich kann mich nicht bewer... Ah! Sehr gut! Storm the Utah. Gleich wird's groovy. Wir haben mal einen Kack anfangen. Aber man muss ja erstmal an die Gegner gewöhnen. Jetzt wird's noch schlimmer. Ja, jetzt ist... Ja, du Karts. Der Optimist. Terror suckt. Ist so. Kann man in jeder Lebenslage... ...callen. Ja, stimmt. Ja. Water hat ein Head. Ja, ich bin ausgemollert. Oh Gott, Leute! Der steht links! Auch ein Headshot! Ich kann nichts machen. Ich bin gemollert. Du musst warten. Bleib in der Ecke. Die sind beide low. Ich hab 11 HP. Echt irgendwo Barrels? Das war... Also... I don't know, wie ich da überlebt hab. Oh oh. Ich wollte einen MP kaufen. Hehe. Klar. Hast aber nicht die gute AK. Die beste sogar. Nein. Die haben Schaden. Fleck durch! Und... Action! Offside links durch. rechts wasser schön 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 ich flashe dich durch und danach kommt ne decoy ne erst kommt ne decoy ja aber die naden direkt, wir sollten da nicht nochmal lang gehen wir werden da gar nix ja dann flashe ich dich durch ich werfe meine zuerst als fake ist deine bitte danke, einer Barrels rechts Barrels, Barrels, Barrels ja 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 viele Nades gekommen ne jetzt kommen wieder welche weil die jetzt wieder gelten haben die hatten noch grad ne Echo du musst doch die economy des Gegners lesen du alter Flatspieper Counter-Strike Legende du musst in Counter-Strike Legende ach kacke das reicht trotzdem weil du den letzten hattest ne bist du nicht das wäre so unfair das wäre so ne schöne Runde overpass alles klar halt zum Maul guckt mir dann schon mal das Like da tschüss Please qué guck du über ut du